Wenn wir also intervallskalierte Daten haben, die in bereits kategorisierter Form vorliegen und wir an die Originaldaten nicht mehr herankommen, dann können wir daraus trotzdem Mittelwert und Varianz bestimmen, zwar nur näherungsweise, näherungsweise bedeutet, wir müssen ein bisschen schätzen, aber es geht. Zunächst müssen wir dazu die Kategorie Mitten für unsere Datenreihe berechnen. Einen Mittelwert aus zwei Datenwerten, den würden wir berechnen, indem wir die beiden Datenwerte addieren und durch zwei teilen und genau das tun wir hier auch. Wir addieren nämlich die obere und untere Grenze als zwei Werte einfach auf und teilen dann durch zwei. Wir bilden also schlicht und einfach wirklich den Mittelwert, das Zentrum zwischen diesen beiden Kategoriegrenzen. Diese Formel hier gilt für beide Varianten der Kategorie Bildung, das bedeutet sowohl bei überlappenden Kategoriegrenzen als auch bei nicht überlappenden Kategoriegrenzen. Wenn wir das gemacht haben, dann können wir daraus Mittelwert und Varianz bestimmen und zwar genauso, wie ich es gerade gesagt habe. Wir haben hier zunächst unsere Kategorie Mitten angegeben und multiplizieren dann für den Mittelwert die Kategorie Mitten mit der relativen Häufigkeit der zugehörigen Kategorie, summieren auf und erhalten daraus direkt den Mittelwert. Für die Varianz brauchen wir genau diesen Mittelwert hier, den setzen wir also in die Varianz ein, haben damit ebenfalls für die Varianzberechnung alle Werte, die wir hier brauchen, nämlich die Kategorie Mitte für jede Person als Schätzwert minus den Mittelwert, den wir gerade berechnet haben zum Quadrat und das Ganze multipliziert mit der relativen Häufigkeit von Werten in dieser Kategorie. Aufsummieren und wir kommen auf die Varianz. Aus der Varianz erhalten wir dann die Standardabweichung als Wurzel aus der Varianz und die Quadratsumme erhalten wir, indem wir die Varianz mit n multiplizieren, denn auf die Varianz gekommen sind wir ja überhaupt nur erst, indem wir berechnet haben, die Varianz ist Quadratsumme durch n und wenn wir das n auf die andere Seite bringen, dann haben wir genau die Gleichung, die hier steht. Man merke sich unbedingt, wir brauchen bei beiden Formeln hier kein 1 durch n mehr. Wir summieren zwar auf, aber wir benötigen kein 1 durch n, denn das 1 durch n, das steckt in jeder dieser relativen Häufigkeiten ja schon drin. Wir könnten also diese beiden Formeln hier anders schreiben, indem wir aus dem f von x, also der relativen Häufigkeit, eine absolute Häufigkeit machen würden, dann dieselbe Summe bilden und hier schließlich noch einmal mit 1 durch n multiplizieren. Das ist aber viel aufwendiger und zudem haben wir in kategorisierten Datentabellen in aller Regel nicht absolute Häufigkeiten gegeben, sondern in der Praxis stehen da fast immer relative Häufigkeiten drin, sodass wir mit diesen beiden Formeln für relative Häufigkeiten viel mehr anfangen können. Vielen Dank.